Grün oder weiß? Ähm, grün. Ist schöner. Mailand oder Madrid? Ähm, boah. Madrid war ich noch nie. Party oder Couch? Couch. Ist gemütlicher. Cola oder Fanta? Ähm, Fanta. Ja. Generell beides nicht so meine Getränke, aber wenn, dann würde ich zur Fanta greifen. Wasser mit Sprudel oder ohne? Definitiv mit Sprudel. Snapchat oder Instagram? Instagram. Snapchat nutze ich tatsächlich sehr, sehr selten. Meisterschaft oder Pokalsieg? Meisterschaft, weil man das ganze Jahr dafür arbeitet, jedes Wochenende. Assist oder Tor? Mmh, Tor. Ja, kann man sich besser feiern lassen. Messi oder Ronaldo? Ähm, puh. Schwierige Frage tatsächlich. Ich finde, Messi hat das Talent und ich finde, Ronaldo arbeitet sehr viel dafür. Ähm, Respekt habe ich vor beiden. An sich finde ich den Spielstil von Messi schöner. Urlaub oder Saison? An sich, ähm, Saison, weil ich merke im Urlaub immer, dass mir der Fußball schon sehr schnell fehlt und ich glaube, ich könnte nicht ohne. Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise. Salat oder Steak? Ja, ich esse nicht so gerne Fleisch, von daher Salat. Kulle oder Klaus? Kulle. Das ist, weil er immer irgendeinen Witz parat hat und immer lustig ist, ja. Hund oder Katze? Auch sehr schwierig. Zuhause haben meine Eltern eine Katze, das heißt, ich bin mit einer Katze aufgewachsen. Ähm, finde aber Hunde, ja, schon interessanter, muss ich sagen, aber sind auch aufwendiger, von daher. Keine Ahnung. Dribbling oder Tackle? Ähm, Dribbling. Ja, macht mehr Spaß. Notbremse oder Gegentor? Notbremse, definitiv. Klo ist kein Gegentor. Nee. Kino oder Netflix? Ähm, Kino, weil ich gerne mal rausgehe. In der Off-Season McDonalds oder Burger King? Boah, gar nichts, wirklich. Ist gar nichts. Nee, überhaupt nicht. Linkes oder rechtes Twix? Rechts. Schmeckt besser, ne? Ist so. Klar. Ordentlich oder Chaos? Äh, schon eher ordentlich, ich probier's. Heim oder Auswärtstrikot? Heim. Ja, ist auffälliger und die Musterung ist schön. Kopfball-Tor oder Schuss-Tor? Ähm, Schuss. Kann man mehr variieren. Rapinoe oder Hegerberg? Äh, Rapinoe. Finde ich, ist eine Persönlichkeit und, ja, hat jetzt überragend die WM gespielt. Von daher, ja. Nutella oder Nuss-Pi? Ach, äh, Nutella, wenn überhaupt. Pudding mit Haut oder ohne? Mit. Ja, einfach so. Lieber 5 zu 4 oder 1 zu 0 gewinnen? Ui, für mich als Abwehrspielerin 1 zu 0, weil wir probieren immer zu 0 zu spielen und ich glaube, das ist auch unser Anspruch, dass wir kein Gegentor kassieren. Mathe oder Deutsch? Äh, Mathe. Besser? Ja, wenn man's verstanden hat, dann kann man's von daher. War bei mir immer das Problem. Autostadt oder Felno? Ähm, Autostadt, weil ich's schön finde, dass man da draußen auch rumlaufen kann, dass alles so gepflegt ist, die Grünflächen. Autostadt im Winter oder im Sommer? Ähm, ich find den Weihnachtsmarkt sehr schön, find's aber auch im Sommer super. Von daher, ich würde jetzt sagen Sommer. Entdecken im Pheno oder inspirieren lassen im Kunstmuseum? Ähm, im Pheno glaube ich, dass ich das dann doch interessanter finden würde. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee-Junkie.